Heute geht's los in den Urlaub! Düsseldorf Flughafen Düsseldorf Airport Düsseldorf Flughafen Düsseldorf periods Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eine Sache, die ich gerne noch abschließend sagen würde, ist, wie ihr ja gesehen habt, hatte ich leider keinen Fensterplatz. Somit konnte ich leider nicht ganz so schöne Aufnahmen machen wie letztes Jahr. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.